. . Mein Wunsch war schon immer kaufmännischer Beruf. Am Anfang war es überhaupt nicht einfach, eine Lehrstelle zu finden. Zum Glück habe ich diese Lehrstelle bei der Wirtschaftskammer Basel-Land gefunden und freue mich auf einen guten Abschluss. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich Freunde, Fußball und das Lernen zu Hause nicht unter einem Hut bringen kann. Darum bin ich froh, dass es Stützkurs gibt, wo ich ein neutrales Umfeld habe, wo ich konzentriert lernen kann und mich auf den Abschluss vorbereiten kann. Mir gefällt es hier in der Lehre. Es ist sehr anspruchsvoll, aber auch abwechslungsreich. Es kommen sehr viele Aufgaben auf mich zu und ich übernehme gerne Verantwortung. Ich bin dankbar, dass die PLKB mit dieser Aktion Jobs4Juniors uns unterstützt und uns fit macht für einen guten Lehrabschluss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017